Rock in Rio ist ein Rock-Musik-Festival, das bisher sechsmal in Rio de Janeiro, sechsmal in Lissabon und zweimal in Aganda del Rey, nahe Madrid stattfand. Im Mai 2015 feierte das Festival Premiere in Las Vegas. Rock in Rio 1985 Das Musik-Festival fand erstmals im Zeitraum vom 11. Januar bis 20. Januar des Jahres 1985 statt und wurde von über 1,3 Millionen Menschen besucht. Damals konnte der Veranstalter Roberto Medine einige der kommerziell erfolgreichsten Rock- und Metalbands verpflichten wie beispielsweise Queen, AC, DC, Scorpions, Iron Maiden und Whitesnake. Abgesehen von den genannten Musikgruppen traten aber auch Künstler wie Tina Turner, Ozzy Osborne, Yes, Verbe 52, Esco, G.O.S., Nina Hagen, George Benson, James Taylor, Rod Stewart, Al Jaro sowie zahlreiche brasilianische Acts wie Gilberto Gil und Alzi Uvalenza auf. Der Auftritt der Band Queen wurde damals von über 300.000 Zuschauern gesehen und im selben Jahr unter dem Titel Liebe in Rio auf VHS und Laserdisc veröffentlicht. Nachdem Rock in Rio im Jahr 1985 ein Erfolg war, fand im Jahr 1991 die K-Sekunden-Musik-Festival Rock in Rio II statt. Unter anderem traten diesmal Künstler wie Guns N. Roses, George Michael, Billy Idol, Queensryke, New Kids on the Block und Prince of, also damit auch Musiker, die nicht primär dem Genre Rockmusik und Metal zuzuordnen sind. Am 26. Januar 1991 spielte die Gruppe AHA im Maracaner Stadion vor 195.000 Zuschauern und stellte damit einen Besucher-Weltrekord für Konzerte in Stadien auf. Dieser wird im Guinness-Buch der Rekorde von 2004 erwähnt. Erst nach zehn Jahren wurde erneut ein Rock-Festival in Rio de Janeiro veranstaltet. Das 2001 stattfindende Festival stand unter dem Motto Rock in Rio Por O Mundo Melhor. Es bot eine gemischtere Auswahl an Musik-Acts. Neben Ropal Ford, Queensryke und Red Hot Chili Peppers nahmen auch Britney Spears Sternchen NSY in CREM und Foo Fighters teil. Iron Maiden spielte im Jahr 2001 vor 250.000 Zuschauern, ganz in Roses konnten jedoch vor noch mehr Zuschauern spielen. Am 12. Januar wurde im Rahmen des Festivals ein landesweites dreiminütiges Schweigen für eine bessere Welt organisiert. An dem sich Fernseh- und Radiostationen beteiligten, fand das vierte Festival statt. Zum ersten Mal diente jedoch nicht Rio de Janeiro als Veranstaltungsort, sondern Lissabon. Der kommerzielle Trend der vorherigen Festivals wurde fortgesetzt und Headliner waren diesmal unter anderem Metallica, Slipknot, Black Eyed Peas. Britney Spears, Invernessens, Paul McCartney und Peter Gabriel, mehr als 386.000 Menschen besuchten die City of Rock in den sechs Festivaltagen. Vom 25. Mai bis zum 4. Juni fand die fünfte Auflage des Rock in Rio Musik Festivals abermals in Lissabon statt. Diesmal waren erneut die Red Hot Chili Peppers und ganz in Roses dabei. Aber auch Anastasia, Santana, Shakira und Jami Rock-Eye traten unter anderem auf. Die Red Hot Chili Peppers spielten am 3. Juni vor 76.000 Zuschauern. 2008 fand Rock in Rio sowohl in Lissabon als auch in Aganda del Rey, nahe Madrid statt. Künstler wie Machine Head, Amy Winehouse, Bon Jovi, Alanis Morissette, Lenny Kravitz, Karl Cox, Yvette Sangalo, James Morrison, Neil Young, The Police, Metallica, Shakira, Alejandro Sanz und Jami Rock-Eye traten auf. Im Mai 2010 fand zum 4. Mal das Rock in Rio Festival in Lissabon statt, das von über 320.000 Zuschauern besucht wurde. Im Juni 2010 fand dann die zweite Auflage von Rock in Rio in Madrid statt, das von mehr als 250.000 Zuschauer besucht wurde. Unter anderem traten Künstler wie Bon Jovi, John Mayer, Paul van de Y, K, Shakira, Riena, Kalle 13, David Guetta, Miley Cyrus, Raja Gens, The Machine, Tisto, Metallica, Motorhead sowie Soba auf. 2011 wurde das Festival nach zehn Jahren wieder in Rio de Janeiro ausgetragen. Als Termine wurden der 23., 24., 25., der 29. und 30. September ausgesucht sowie der 1. und 2. Oktober 2011. Als Festivalgelände diente ein Platz in Yacarepa-Gua. Dabei traten unter anderem die Bands Gans and Roses, Metallica, Coldplay, System of Fardown und Red Hot Chili Peppers auf. Als weitere Künstler nahmen Shakira, Riena, John Mayer, Jami Rock-Eye, Elton John, Katy Perry und Snow Patrol teil. Innerhalb von nur vier Tagen wurden alle Eintrittskarten verkauft, somit haben an den sieben Festivaltagen 700.000 Zuschauer teilgenommen. Lissabon, Madrid 2012. 2012 fand das Rock in Rio Festival in Lissabon zum fünften Mal so wie das Rock in Rio in Madrid zum dritten Mal statt. Allein in Lissabon besuchten mehr als 354.000 Menschen die City of Rock. Bedeutung. Von der Besucheranzahl und Popularität der Headliner her ist das Rock in Rio Festival eines der größten Musikfestivals der Welt. Diverse Bands haben La-Alben oder Videos ihrer Rock in Rio Konzerte herausgebracht, darunter Queen, Tina Turner und Iron Maiden. Wobei manche Veröffentlichungen bereits Raritäten sind, in Form von Bootlegs sind die Rock in Rio Shows der meisten Bands jedoch häufig zu finden.